Oh, schöne Flanke. González, Junge! Was ein geiles Tor, Mann! Ja, Mann, Alter! Belohnt euch für die Leistung. Dankeschön, belohnt euch! Boah, richtig clever von Castro. Mit der Hacke aufs Hose hat er richtig Platz. Komm, Junge! Ja, der Ball kommt nicht gut. Was ist das? Der ist über links komplett frei durch. Möchten auf 16er Linie hinten auf Klimawitz zurück spielen. Mit Anton. Also, der Ball kommt nicht an. Jetzt ist dann Anton gerade richtig stark. Oh, Gladbach. Der ist gut. Boah, ein Stenzel bringt ihn raus. Da war Benz aber eh nie ein Schuss bereit. Das hätte böse enden können. War auch kein Absatz, war einfach nur schön gespielt. So ist er nochmal. Klingt die Flanke rein. Die ist gut. González! Boah! Schade, schade, schade. Die Flanke war ehrlich gut. Schöne Flanke und González. Ja! Die war schon recht hoch, die Flanke. Er konnte aber gut hin. González macht da, glaube ich, schon so mit. Das Beste draus, was er da irgendwie hinbekommt mit seiner Größe auch. Jetzt, naja. Elfmeter für Gladbach. Sosa rutscht da hinten rein. Sosa rutscht leider hinten rein. Nein. Das war halt wirklich nicht nötig von Sosa, da so reinzugehen. Jetzt Stindl. Komm, Kobel. Elferkiller. Ja. Den macht er eiskalt. Jetzt González mal den Ball ein bisschen weiter hinten geholt. Nimm Tempo auf. Ganz hoch, bitte. Schade, Mann. Es war wirklich so ein Halbding aus Pass und Schuss und doch hoch. Sosa schön auf Höhe vom 16er eigentlich die Möglichkeit gehabt, Sosa oben frei anzuspielen. Casso macht aber auch einen guten Weg in den 16er rein und den will dann irgendwie so halb anspielen. Es war aber irgendwie ein bisschen arg viel Druck drauf. Deswegen kam der Ball viel zu weit und viel zu stark. Schade, Mann. Es sind so Kleinigkeiten. So kleine, kleine letzten Pässe, kleine letzten Laufwege, die jetzt heute noch ein bisschen genauer zusammenlaufen müssen. Und dann kannst du ja durchaus auch das 1 zu 1 machen. Ja, Anton. Schade. Sosa-Nachschuss. Ah, der ist drüber. Ah. Das war, ja, eine Chance für Anton. Er kommt, durchgelassen von Kempf und dann hat den Ginter auf der Linie oder einen Schritt vor der Linie hält er den und ab. Den Schuss von Anton. Schade, Mann. Erste ganz, ganz gescheite Aktion von uns nach vorne in der Halbzeit. Da kommt der Wechsel, den ich wollte. Klimovic raus, Karlajcic drin. Jetzt ist er drin und gibt uns halt die Möglichkeit auch wirklich weiterhin zu flanken, was wir ja schon tun, aber halt auch auf jemanden zu flanken, der daraus richtig ernsthaft was machen könnte. Ich meine, González ist auch kein schlechter Kopfballspieler. Das ist es nicht. Aber die 2 Meter von Karlajcic sind natürlich auch nicht verkehrt, ne? Oh, schöne Flanke. González, Junge. Was ein geiles Tor, Mann. Junger Vater, Alter. Ja, leck, Alter. Die Flanke war ja... Boah. Die Flanke war ja aus einem ganz anderen... Boah, Junge. Nochmal zeigen, das Tor. Wunderschöne Flanke. Ich meine, es war wahrscheinlich Sosa. Und González ist komplett allein gelassen und kann richtig schön den Flugkopfball reinmachen. Sosa sieht, er läuft, ist frei. Auf 5-Meter-Punkthöne, Flugkopfball in die lange Ecke. Gerade eben noch gesagt, dass Dr. Karlajcic eher der Kopfballspieler ist als González. Aber um mich zu retten, die Ehrenrettung. Ich habe auch gesagt, dass er kein schlechter Kopfballspieler ist, nur dass er ein bisschen kleiner ist als Karlajcic. Und zack, zack, macht er die Bude. 1 zu 1. Nach einer mal wieder pervers geilen Flanke von Borna Sosa. Dieser linke Fuß von Borna Sosa kann noch so Gold werden mit seinen Flanken, Mann. Gefällt mir schon sehr, sehr gut, was wir heute machen. Auch wieder um die 80, 90 Zuschauer. Sehr, sehr cool, Jungs. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr angenehmer Stream. Generell wieder auf den Samstagabend. Top-Spiel. Jetzt hat Gladbach. Jetzt hat Zakaria Platz. Ja, 2-1 Gladbach. So schnell kann es gehen. Das ist halt die individuelle Klasse. Und das ist halt dann auch ein richtig schöner Steilpass auf Zakaria. Der ist halt tatsächlich auch schneller als ein Stenzel. Macht den eiskalt rein. Auch durchaus schön rausgespieltes Tor. Was du dir halt auch nicht unbedingt so schnell nach einem 1 zu 1 fangen musst. Aber ist trotzdem jetzt auch in dem Spiel, denke ich, jetzt erstmal weiterhin kein Genickbruch. Ja, jetzt ist Gonzales dafür auch noch gelb. Ja, kann man durchaus geben, die gelbe Karte. Hätte man aber auch stecken lassen können. Das ist dann auch die fünfte gelbe Karte von Gonzales. Das heißt, er fehlt am Mittwochabend in Bielefeld. Ah, sieh, das ist jetzt auch gelb gesperrt mit fünften gelben Karte. Ja, moin. Das wird lustig gegen Bielefeld. Schön! Boah! Eine richtig schöne Ecke von Klement. Und da war ehrlich mehr drin. Die Davi kommt wirklich sehr, wirklich recht frei zum Kopfball und kriegt halt nicht genügend Wucht und vor allem halt auch nicht genügend Platzierung hinter dem Kopfball. Boah, Kaleitsch mit einem Fallrückzieherversuch. Nette Idee. Kann man mal machen. Aber, ja. Wir reden jetzt hier halt wirklich tatsächlich nur noch von einem absoluten Lucky Punch. Runter auf Sosa. Ihr bringt die Flanke nochmal und die ist halt irgendwie extrem hoch. Hey! Kaleitsch wird gefault. Und zumindest fällt er und wird gezogen. Mal gucken, ob da noch was aus Köln kommt. Ah, natürlich. Das kannst du pfeifen, Kerle. Also ich bin ehrlich, den Elfmeter kannst du pfeifen. Er zieht ihn halt runter. Mein Kaleitsch wird so oder so fallen. Er schaut sich's an. Ich tippe mal, dass Kaleitsch so oder so fallen würde in der Szene. Aber er darf ihn halt auch nicht so packen. Er hat ihn halt so. Er hat ihn halt wirklich so um sich rum. Sieht man so auf dem Mikrofon. Er hat ihn halt, wenn Kaleitsch das Mikrofon ist, er hat ihn halt so um sich rum. Er hat ihn halt komplett so um sich rum. Er hat eine Ziehbewegung drin. Der Benzer bei Ihnen jetzt zieht ihn so ein bisschen nach hinten. Und er umgreift ihn halt komplett. Er umgreift ihn komplett. Elfmeter. Ja. Sehr geil, Jungs. Er umgreift ihn halt komplett. Den kann man pfeifen. Den kann man durchaus pfeifen. Klar, Kaleitsch wird wahrscheinlich so oder so auch fallen. Er wäre vermutlich so oder so auch gefallen. Das möchte ich nicht außen vor lassen. Ich will das hier auch ja fair bewerten. Aber das kannst du pfeifen. Hätte Benzer bei Ihnen die Hände weggelassen, dann wäre es nichts gewesen. Hätte die Hände weggelassen, wäre nichts passiert. Dann wäre kein Elfmeter gewesen. Aber er hat halt ihn umschlungen mit der Hand. Und dann kannst du dem pfeifen. 100% kannst du dem pfeifen. Komm, Silas. Auf, Junge. Netz geht's eigen. Jetzt mach keine Scheiße, Bruder. Mach keine Scheiße, Bruder. Ja, Junge. Ja, Mann. Ist das geil, Mann. So nämlich, Alter. Sehr geil. Und ist der cool geschossen, Junge. Ist der cool geschossen. Hat der Eier, der Typ. Unterkant der Latte, ey. Leckt mich am Arsch. Ja, Mann, Alter. Belohnt euch für die Leistung. Dankeschön. Belohnt euch. Ein ausgeglichenes Spiel hat ein ausgeglichenes Ergebnis verdient. Und jetzt haben wir es. 2 zu 2. Da ist der Abpfiff. Dankeschön. Und es ist ein 2 zu 2, was verdient ist. Es ist ein verdientes 2 zu 2. Ja, wir haben uns die 1050 haben wir jetzt gepackt. So wie es aussieht. Vielen, vielen Dank, Jungs. Vielen Dank für den Support. Ja, Kalaj sagt auch, wir haben auch schon sehr viel Elfmeter nicht bekommen. Das ist auch schon sehr happy win. Dankeschön. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort auch für diesen Stream. Hat er ja recht. Wir haben schon so viel Scheiße nicht bekommen. Mein direktes Elfmeter. Pendant dazu. Wolfsburg. Klare Elfer nicht bekommen. Hier strittiger Elfer diesmal bekommen. Also rein aus unserer Vereinssicht ist jetzt wieder ein bisschen Gerechtigkeit zurück. Rein aus der Spielsicht war es auch komplett verdient, weil es spielaussichtlich war. Und aussichtendes Ergebnis am Ende da ist. Von dem her alles in Ordnung. Vielen Dank fürs Zuschauen bei euch. Vielen Dank für die vielen Zuschauer, die da waren. Vielen Dank für die Leute, die jetzt neu dabei sind. Ich hoffe, ihr bleibt hier auf dem Kanal am Start. Vielen Dank.